ja hallöchen mein lieben balkongärtner ich bin zu dir hier von balkonian ja und heute wir haben den zweiten april heute werde ich meinen bären düngertest beginnen und wir vielleicht wisst habe ich hier so einige bärenpflanzen bärensträucher auf dem balkon und das sind jeweils immer die gleichen sträucher hier identisch in jeder reihe also vorne haben wir blaubeeren und dann kommen hier alles johannis bären ja ich werde jetzt hier den oscorna bären dünger gegen den kompo bären dünger antreten lassen ja was werde ich jetzt machen diese erste reihe hier die werde ich mit dem oscorna bären dünger düngen und die vordere reihe da nehme ich dann hier den kompo bio bären dünger und dann bin ich ja mal wirklich gespannt ob es da einen unterschied geben wird in der ernte und in allem was das pflanzen wachstum anbelangt ja und jetzt werde ich mal anfangen zu düngen so das ist jetzt hier die reihe mit dem oscorna dünger und dann nämlich jeweils einen esslöffel und den arbeite ich jetzt hier oben so in die erde hinein erstmal streue ich hier alles schön drüber so und dann zwei drei zentimeter in die erde gut einarbeiten war es auch schon und das werde ich jetzt mit den ganzen mit der ganzen reihe machen so bei dieser reihe verwende ich den kompo ja langzeitdünger hier aus schafswulle der soll eine fünf monatige wirkungsdauer haben und eben hat eine optimale nährstoff kombination für bären da bin ich ja mal gespannt hier nehme ich dann auch wieder einen esslöffel so einen esslöffel und den werde ich dann jetzt hier auch verteilen und in die erde einarbeiten so ein paar zentimeter tief und dann bin ich ja mal richtig gespannt wie sich hier diese dünger dann auch verhält also fünf monate da brauche ich gar nichts mehr düngen jetzt und da bin ich richtig gespannt aber der oscorna hat auch eine langzeitwirkung sage ich mal also zwei drei monate hält der auch sicher locker und dann bei der haupt ernte sollte man noch mal nachdüngen aber das werde ich dann sehen wie sich die pflanze entwickelt so dass wir dich jetzt auch hier mit allen sträuchern machen und ja dann bin ich schon mal gespannt wie das ergebnis sein wird das werde ich euch natürlich dann auch berichten und dokumentieren aber naja ich denke mal hier wird es keinen großen unterschied geben aber wer weiß ja mein lieben das war es auch schon von mir hier von meinem balkongarten und wir sehen uns bald wieder euer balkongärtner christian tschau